Hi, mein Name ist Matthias und herzlich Willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du Windows-Dateien von selber in Windows reparieren kannst. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreibe es doch in die Kommentare. Wie du siehst, befinde ich mich am Desktop meines Windows-Rechners. Was du hier genau machen kannst, erfährst du in anderen Videos. Die Videos sind in der Videobeschreibung und oder in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Windows-Dateien reparieren eigentlich bedeutet. Ist dein Computer etwas langsamer oder du hast den Eindruck, dass irgendetwas nicht ganz stimmt mit dem Windows-Operating-System, dann kannst du Windows von selber reparieren lassen. Sprich, du lässt einmal Windows über seine Dateien scannen und im Anschluss, sollte etwas kaputt sein oder sonstiges, repariert es sich automatisch. Das heißt, solltest du ein Virus gehabt haben, eventuelle Malware oder sonstiges, so führe dies definitiv einmal durch. Mit der folgenden Anwendung scannt Windows das nicht nur, sondern setzt es ebenfalls auf den Originalzustand zurück. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, gehst du hier links unten auf das Windows-Symbol und gibst einmal hier CMD ein. Nun gehst du hier hin und führst das Ganze als Administrator aus und bestätigst einmal, dass es als Administrator ausgeführt worden ist. Nun siehst du hier diese Oberfläche. Wichtig hierbei ist, dass hier steht Windows System 32. Das heißt, dieses Programm hat nun Administratorenrechte für das Ausführen der Befehle. Nun gibst du folgenden Befehl ein, SFC Leerzeichen Schrägstrich Scan Now. Drücke nun hier auf Enter und nun wird das System überprüft. Je nachdem, welchen Rechner du hast, kann das entweder schnell gehen oder etwas länger dauern. In den meisten Fällen ist es zwischen 2 und 10 Minuten fertig. Das heißt, hier scannt nun Windows seine eigenen Dateien, überprüft das Ganze und im Anschluss sollte etwas nicht so sein, wie es sein sollte, dann wird es automatisch repariert. Ist es nun fertig, also bei 100%, so steht hier entweder der Windows-Ressourcenschutz hat keine Integritätsverletzung gefunden oder eben, dass eine eventuelle Störung repariert worden ist. Führe dies alle 1-2 Monate mal durch, sodass dein Windows sicher ist. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits. Und zwar möchtest du dein Windows-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den PC-Grundfunktionen-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Windows. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein PC-Grundfunktionen-Kurszertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere euch diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.